Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn dieser Frage nachgeht, dann wird es zwar noch etwas komplexer, aber auch interessanter. Daniel Buß und Silvio Duwe. Heilbronn am Sonntag. Wieder ein Protest von Russlanddeutschen, wieder vor allem gegen Flüchtlinge und die deutsche Politik. Und wir müssen alles dafür tun, damit unsere Regierung uns wünschlich hört. Unter den Teilnehmern viel Angst. Die werden kommen, die werden vergewaltigen und das wird jeden Tag schlimmer. Und unsere Kinder müssen bald rabisch lernen in der Schule. Die, die kommen, die passen nicht an uns, an Deutsche an, sondern sieht so aus, dass wir uns an die, die kommen, anpassen müssen. Das finde ich schlimm. Den Migrationsforscher wundert es nicht, dass jetzt auch viele Russlanddeutsche auf die Straße gehen. Weil sie im Zusammenhang der jetzigen Flüchtlingskrise zum Teil auch als Migrantengruppe identifiziert wurden und mit den Neuankömmlichen verglichen wurden. Und das ist etwas, was tatsächlich vielen Menschen in dieser Community missfällt, weil das ihrem Selbstverständnis als deutscher Heimkehrer widerspricht. Und das zeigen sie immer deutlicher. Seit dem Fall Lisa bundesweite Proteste. Inzwischen aber ein neuer Fokus. Die Deutschen aus Russland, fremdenfeindlich. Einige von ihnen laufen schon seit Monaten auf Pegida-Demonstrationen mit. Gemeinsam gegen Flüchtlinge und etablierte Medien. Die Alternative für viele nach wie vor Medien aus Russland. Und die feiern begeistert. Pegida, europaweit. Die Teilnehmer übermitteln sich Grüße, um die gemeinsamen Positionen und die Größe der Bewegung zu unterstreichen. Ich grüße euch aus Kuschica, Slowakei. Dies ist ein Weckruf für uns Europäer. Dazu Stimmungsmache mit einem neuen Link auf einen alten Beitrag zum Albtraum Europas. Man hat den Eindruck, diese Bilder seien in der dritten Welt aufgenommen. Aber so sieht es zurzeit auf den Straßen des Wohlhabenden Deutschlands aus. Tonnen von Müll in den Städten, tausende Flüchtlinge stehen, Schlange für Essen und Wasser. Sie schlafen wie hier direkt neben der Straße. Und auch deutsche Medien fragen. Können wir uns noch sicher fühlen? Warnen. Der Sturm gerät außer Kontrolle. Und jetzt kommen die Afghanen. Im Zusammenspiel dieser selektiven Wahrnehmung des einen deutschen Diskurses und auf der anderen Seite der verstärkten und überhöhlten Betonung dieser Bedrohungsszenarien in den russischen Medien entstand dann diese Mischung, die zu der bis jetzt andauernden Mobilisierung geführt hat. Eine Mobilisierung, die Russlanddeutsche auch im Netz vorantreiben. Hier für eine Demo im bayerischen Deggendorf. Einer der Aktivisten, Vyacheslav Seewald, der sich per Petition den russischen Staatsfunk für Deutschland wünschte. Russlanddeutsche, für ihn die Hüter der deutschen Werte. Die Russlanddeutschen, die über Jahrhunderte hinweg ihre Kultur und ihre Sprache auch in Russland beigebehalten haben, können der einheimischen Deutschen ein sehr gutes Vorbild sein und ein Beispiel zu zeigen, was denn wirklich die wirklichen deutschen Werte sind. Als weitere Lektüre empfiehlt er alte Bekannte aus der Verschwörungsszene, Plattformen wie Kompakt und Sputnik News. Nach wie vor seid ihr noch besetzt und die Kanzlerin muss, vereinfacht gesagt, von den Amerikanern abgeglaubigt werden, dass sie überhaupt regieren darf. Und darum informieren sich mehr und mehr Leute, sowohl bei Russia Today, Sputnik News und weiteren Nachrichtensendern, oder auch dann wie bei uns, auch um eine alternative Berichterstattung auf entsprechende Themen zu erfahren. Die Kanzlerin als amerikanische Marionette. Im russischen Fernsehen ein investigativer Bericht. Wenn die Kanzlerakte tatsächlich existiert und deutsche Kanzlerkandidaturen müssen tatsächlich in Washington genehmigt werden, dann wird sich Deutschland laut dem Geheimenstaatsvertrag das ganze 21. Jahrhundert lang in US-Macht befinden. Die Landsmannschaft der Russlanddeutschen distanziert sich inzwischen deutlich von den Demonstranten und deren Hetzer. Ich möchte nochmal betonen, wenn es deutschlandweit einige tausend waren, es gibt vier Millionen Russlanddeutsche. Und ich denke, in diesem Fall kann man sagen, dass diesem Aufruf sehr, sehr wenige Russlanddeutsche gefolgt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017